Hallo Leute, zu einer Folge TTT Fun mit Chiris, Grisa, Alive, Dams, Molly, Holly und Miriam, Josch. Guten Tag! Hallo! Hallo! Ich finde diese Musik immer noch so entspannt. Guck mal, hier ist ein C4. Diese unsichtbaren Wände hier, das ist so... Ich hab C4 gefunden. Ich muss mir mal eben mein Auge jucken, so. Nee, C4, 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 C4. Boah, das ist... Ja, C4. Oh, meine Augen. Deine Augen, Wallach, komm, ich streiche sie mit meiner Puffe und... Es ist alles im Ding Waffe und bewegt sich alle. Oh Gott. Kann er doch übertreiben. Sorry. Muss man nicht und... Okay. Machst du das, Joschi? Ich kann es nicht gewesen sein, weil zu der Zeit, als du es auslösend sehen hast, ich nicht drauf geguckt habe. Weil ich zu dir geguckt habe. Ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst, weil sie nicht mehr da ist. Ja, ich hab nur diese Bröcke gesehen, deshalb hab ich mich verwundert, weil ich sehe sonst nur pink. Achso. Kannst du es hochwerfen? Die Wand sehe ich hier und das Haus und alles andere ist pink. Oh, geil. Und warum seid ihr verletzt? Was habt ihr gemacht? Weil ich mich interessieren würde. Ich will was austesten. Okay. Ist hier immer noch Treibsand. Ich geh weg. Wo, wo, wo denn? Okay. Die Waffen bleiben drauf liegen. Das ist interessant. Wo ist Treibsand? Wo? Nein. Wenn du da, wo die Brücke... Wo diese Treppe ist. Wenn die weg ist. Oben ist übrigens gerade jemand gestorben. Ach, hier meinst du? Da drauf? Kann man... Oh, ich will da nicht rein. Ja, genau. Du wirst da rein. Ich weiß noch nicht, ob das dauerhaft offen bleibt. Oh. Ich bilde mir einen, da sind wir schon mal drüber gelaufen, da war nix. Ich würde es jetzt auch nicht riskieren wollen halt, aber... Ich bilde mir einen, man kann da drauf. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Oh Gott. Was war das Ding hier? Oh, da oben. Alter. Wie heißt der? Oh, wie heißt der? Oh, wie heißt der? Wer ist der? Was ist hier nochmal? Das ist hier äh... Alive sucht sich den offensten Punkt überhaupt auf die Seite. Da jemand ja, der höchst von Deckung nehmen kann. Ups. Ja, uh. Wird du mir nicht die lieber geben, Dams? Gib mir die Waffe doch mal. Warum? Aber... Gib sie mir doch. Nein! Was ist das denn? Gib mir doch einfach die Waffe. Dann kriegst du die hier. Na, wir tauschen. Dams ist es. Dams, 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 Dams. Ich muss... Der Dete ist tot. Der Dete ist tot. Er ist gestorben. Ich bin auch tot. Das war irgendwie jetzt doof, glaub ich. Äh? Ach du... Tratershop. Warte mal, hier ist Alive. Melon launchern. Ich bin tot. Bitte sucht mich nicht. Aber hier ist Alive. So eine Alive muss irgendwo in der Nähe. Was ist da? Es ist. Es muss noch einer sterben und dann schieße ich auf alles, was sich bewegt. Das lässt sich einrichten. Wem möchtest du den Tod sehen? Mich nicht. Hier lebst du noch? Ich bin da. Ja. Ich will leben. Nein. Ich will leben. Ich will leben. Aber ich hab dich am Leben gelassen eben. Ich will kurz sagen irgendwas noch. Okay. Äh. Okay. Na. Seischt. Dams und einer von den anderen beiden. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Fast wieder tot. Der ist fast tot. Boah. Man sieht hier halt auch fast nichts. Das ist das Schlimme. Zumindest bei mir. Hm. Ich hab keine Ahnung. Oh. 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 Ist hier eine Granate? Irgendwo? Das ist meine. Oh. Oh. Oh ja. Man stirbt übrigens nicht, wenn man drüberläuft. Nur über die ehemaligen Treppen meine ich. Achso. Okay. Boah. Oh. Okay. So. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Aber ich seh halt niemanden. Die können aufeinander schießen, ne? Ja. Ich kann halt nix sehen. Also kannst mich bitte töten. Ich seh halt nix. Ich seh halt nix. Da kannst du auf Yoshi gehen. Äh. Ich seh halt einfach nix. Warte du Liliths und schnell die Diegel schnappen. Ich werd immer noch. Julia hat mich irgendwann gesehen. Kannst du mich doch töten? Ja. Ja dann töte mich doch. Muss ich mir erst mich töten. Dann versuch ich diese Mindturtles irgendwie auszuschalten. Der eine hier. Aber ey komm. Ich seh nur ne Errortextur davon. Ich weiß nicht wo sie genau ist. Oh nein. Oh. Ja. Over time. Da war wohl noch. Ahja. Ach weiß nicht. Beweg dich. Das ist ein Zaun oder so. Da war ein Liefer. Hä? Ey. Ich bin wieder gesehen. Hallo. Hallo. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab alle gewollt. Oh Mann. Mann bin ich ein guter Tee. Ich hab halt niemanden gesehen. Deswegen. Ah. Das ist perfekt. Was ist das da unten? Für den Spirit. Was macht der? Der dascht Innos an. Wenn er dich nicht angreift, wenn du in seiner Nähe bist, dann bist du Proven Tee. Ist eigentlich gar nicht mal so eine geile Waffe. Wie jeder auf dem Mindturtles gegangen ist als ob. Ich konnte ja nicht mal sehen, ich sah nur diese Error-Blöcke und dann weißt du nicht wo die Hitbox sind. Ja, ich hatte so Angst, dass du da raufläufst. Ja, ich hab die ganze Zeit versucht zu sagen, kann ich da vorbei, kann ich da nicht vorbei, ich weiß nicht groß, die Zäune sind. Richtig eklig. Ach, ich kann nicht mal die Leitern hier sehen. Oh, du bist Dete. Ich hab kurz überlegt, kurz überlegt, ob ich schubsen soll, aber da du Dete bist, hab ich es nicht gemacht. Oh, jetzt tut das weh. Oh mein Gott, ich muss hier raus, ihr kriegt eine Epilepsie. Ich hasse diesen Sound-Bug, wenn man die Waffe wechselt und dann noch einen Schuss-Sound rausgeht, obwohl man nicht geschossen hat. Hallo, Bod. Aber ich hab das bei mir noch nie gehabt. Ja, das hab ich auch mal, wenn ich Tee bin. Dann geht einfach dieser Schuss-Sound raus. Bleib einfach bei diesem Boden. Josh, was hast du für eine Waffe? Ich wurde vergiftet. Stiegel und eine Shotgun. Vergiftet? Gib mir deine Shotgun. Oh, ey. Sehr gut, okay. Ist okay. Komm ich mir klar. Irgendjemand kann sterben. Wo? Ich bin Stick. Und der Dete lebt auch noch. Also ich kann mich aus diesem Haus nicht raus bewegen. Deswegen bin ich... Alive. Du hast eine Schwulflinte. Alive wer? Alive. Alive. Hab sie. Ne, sie ist im Deadwinger. Ich kann nie im Leben einen Header ges... Anne, Anne, Leiter! Au, scheiße. Äh. Ich hab keinen Cursor. Bei der Rifle. Ja, hab sie! Nice. Oh, ich dachte du ist tot. Oh. Wow! Da muss ich... Ich muss wirklich einen richtig Luckyheader gesetzt haben beim ersten Mal. War das besta? Riza? Okay. Ich muss nicht leuchten, dass mich die befinden. Hier unten, oder wie? Ja, da unten. Ja, 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 ja. Da ist Riza. Geil hat sich gerade noch ein paar Punkte. Ja. Aua. Yoshi! Ich war's nicht schuld, weil er die Leiter nicht runterlaufen kann. Nein, du bist einfach runtergefallen. Ach nee, das war's gar nicht du. Nein. Nee, das sag kurz so aus, als wärst du das gewesen. Es war aber ein Tod, bevor, ähm, Dumps angegriffen wurde von Alive, ne? Sprich, Shiri ist tot. Moller, Riza, ihr könnt euch machen. Ich hab nämlich Alive gemacht. Und mein Spiel hat sich aufgehangen. Mein Spiel hat sich aufgehangen! Ich bin schon richtig schlecht davon. Richtig schlecht. Riza wird einfach nicht kommen. Cool. Hm? Wo bist du? Äh, äh, die ganze Zeit schon am gleichen Ort. Ich dachte, du hast mich gesehen. Okay. Okay. So. Du, 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 du. Nehmen wir noch hier. Okay! Oh! 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 Ich hab die Turtle halt einfach nicht sehen können! Das ist das Geile! Das ist so super, wirklich! Ah, Moller! Oh! Oh! Mensch! Scheiß Spielstütze. Nein, das Spiel ist nicht verpackt. Nein, lieber Alive. Nein, 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 nein. Ist ja gerade nur ein pinker Haufen ... alles. Alles. Okay, das liegt einfach daran, dass du keine CSS installiert hast, beziehungsweise es einfach neu starten müsstest, wenn du es installiert hast. Ja, trotzdem. Ah, ich habe wieder null Punkte. Dabei habe ich so einen lucky geilen Header gegen Alive gesetzt. Ja, warum? Ich habe sieben Punkte. Gut, dass du das gesehen hast. Ich habe mir schon gedacht, ich habe doch Alive, dann bin ich tot. Folgendes, ich gucke so und dann, ich schieße einfach mit der D-Gel. Ich habe Alive getötet, Yoshi. Was? Das war, ich habe genau, doch, als hätte ich keine Punkte bekommen, ich war das. Was? Genau, in dem Moment auch noch geschossen. Das war, ich dachte schon, das konnte einfach nicht sein, ey. Jetzt, Rage, Ragequid von Josh. Fast, Sack, all der vier. It's time for a random launch. Geh weg. Oh, oh. Geh weg. Alive. Alive, geh weg, Alive. Geh weg, Alive. Hallo, hallo. Hallo. Geh weg von mir, bitte. Okay. Ich bin blind, lass mich. Ich bin blind und mir schlägt, also lass mich, bitte. Was macht jetzt das random Event? Ja, irgendwann. Ich glaube, es macht random Schaden. Ich glaube, es macht random Schaden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, habe gerade Schaden bekommen. Komm, 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 komm. Hallo, Chiri. Oh, ich will schon fast down. Ich will nicht. Ja, am Ende ist da etwas wieder ab. Hallo, Chiri. Ich sehe dich. Also, ich kriege keinen Schaden. Hallo, Chiri. Ich habe bestimmt eh nicht. Oh mein Gott, einmal Damage bekommen. Und du zahlst. Aua. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Also, bei mir ist Leben noch Fall. Aua. Du hast mir Schaden gemacht. Lampes ist Trash. Ich habe auch einen Schaden bekommen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ey, Joschi. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ähm, hört es eigentlich irgendwann auf? Ja. Leid ist das tot? Leid ist das tot? Ja, ich bekomme gerade die ganze Zeit Schaden von dem random Event. Ach so, Leute. Leid ist tot. Was? Warte mal. Zwei Leute sind tot, das heißt... Ach, Holly. Ach so. Hm. Äh. Er liegt hier bei dem Ding mit der Treppe. Oh. Explosion. Aua. Okay. Chiri. Chiri ist umgefallen. Ich hab's genug gesehen. Wo ist sie? Ja. Sie wird Schöchter. Nice. Okay. Ah, nicht so nice. Ah, nicht so nice. Oh, nicht so nice. Ah lala lala. Oh, wundsichtbare Wand. Ah lala lala. Da wird geschossen. Ja. Am Hering des Schosses, äh, Geschosse. Ich glaube, Josch, weil's aus der Richtung kommt. Äh, ne? Ne? Ich bin's nicht. Oh, das kann aber auch jeder andere gewesen sein, ich bin ja gerade ins Haus gegangen. Auf welchen wurde er geschossen? Auf mich. Okay, dann könnt's dann mal... Was? Dieser scheiß Damage sein! Ich wollt mir jetzt meine Herstation kaufen und einfach gegenheilen, bis alle dann sterben. Wie? Der, 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 der Tick, ne? Die Glücksanzeige ist drin. Der, der Tick von dem Damage. Wie kommt der denn aus dem Nichts? Weißt du? Ich dachte schon, ich hätte das irgendwie verbuggt, weil ich, äh, mein Item gekauft habe. Auf einmal hab ich kein Damage mehr gekriegt von dem Scheiß. Ich so, jo, geil. Wer hat... Alive. Die Runde hat noch nie angefangen. Wer isst euch? Super Waffe, oder? Okay. Jetzt hab ich die Meowcat, die ist so scheiße, aber... Aber... Wie ist das? Warte mal, ich könnte doch... Was soll das? Mann, ich will ne andere Waffe haben. Dann würde ne andere Waffe haben. Ja, ne Schrotze! Schrotze! Na, Schätze? Hallo, Halle. Das ist... Halle, Halle, Halle. Nee, ich seh dich nicht. It's a Halle. Hä? Noll! Äh, auf mich wird geschossen. Und es ist alive. Ah, alive ist es wieder. Die war schon tot, Mann! Die war schon tot! So, alive! Jetzt... Jetzt... Jetzt gibt's Rache für Ewig. Komm her, ey. Ich hab die Frohbünte. Die rag... Die jag ich dir so in den Rücken rein. Dass du nicht weißt, wohin und vorne ist, ey. Lass mich! Bist du leicht? Ah, alive! Alive, du hast gewinnt! Okay, ich geh mal weg da. Ich glaube, alive hat gerade Dumps gemacht. Der sich tierisch drüber gefreut hat. Also geh ich mal schwer davon aus, dass Dumps... Ich glaube, das Klopfen war auch kein Freudefappen von... von ihm. Nee. Quatsch. Ich seh hier, was nix... Was ist da? Das ist ja... Okay, ja, schieß es. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal, geht das? Warte mal, alive! Ja, was hin? Oh! Hast du gemerkt? Ja. Ah! Das ist was unfair ist. Aber ich hab nicht genug. Ich kann mir ein Dings nicht holen. Was? Was? Ich hab keinen Platz noch belegt. Ach so. Doof. Moment, ich muss... Ja, was hab ich eigentlich gekauft? Ach ja, genau. Was du wolltest? Keine Ahnung. Das heißt, das heißt... Ich versuch grad ein bisschen durch die unsichtbaren Wände zu gucken, aber das geht doch nicht. Das heißt, das ist Molly, wenn ich's richtig verstehe. Nee, nee. Ich doch nicht. Nein, mir doch nicht. Ich kann doch niemals Trailer sein. Äh, Shelly, ich würde da runtergehen. Oder Shelly. Ich würde da definitiv runtergehen. Shelly. Shelly. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, sie kann da ruhig oben bleiben. Oh, hört sie nicht auf mich. Schade. Schade. Hätte ich gern noch gesehen. Warte mal, passiert's trotzdem noch? Oh, ist er denn? Oh. Warte. Ich muss erst mal schön das Leiche beobachten. Okay. Ne, passiert nix. Schade. Ja, wo ist er denn? Ich, ich bei dir jetzt... Leaving... Ah, scheiß drauf. Keine Ahnung, was es ist. Schade drauf. Da soll man mal gucken. Oh nein. Kannst du nur an... live. Ist doch zu Schiri gemacht. Ich hab mir leid. Ach, ich hab ja noch was. Warte mal. Ach, ping. Da hinten ist er! Wow. Ist das der Hansu-Mane? Das bringt mich doch auf ne Idee. So halb. Okay. Jetzt runter. Aua. Mh. Nop, nop, nop! Nop, nop! Nop, nop! Nop, nop! Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.